Hallo und Willkommen zu meinem Video über den Binären Options Broker IREX! IREX ist ein recht guter Broker meines Wissens! Ich habe den selber nur geringfügig benutzt bisher! 1,5 Jahre oder so habe ich hier ein bisschen getradet und hat auch alles gut funktioniert! Allerdings habe ich mich auf andere Broker konzentriert damals! Jetzt wo es nicht mehr allzu viele Broker gibt, die binäre Optionen anbieten, habe ich hier nochmal einen Blick drauf geworfen! IREX wirkt selber damit, dass es der schnellste Broker ist, was die Tradeausführung angeht! Das werden wir gleich gucken! Wir haben bei IREX hier unten Bollinger Bender, die habe ich schon hinzugefügt! Wir können verschiedene Charts auswählen! Verschiedene Zeiten von 5 Sekunden bis 5 Minuten! Und verschiedene Chartsysteme! Flächenschart und den Candlestick-Chart! Wir haben hier noch die normalen Binären Optionen! Wir haben hier Auflaufzeiten bis zu 45 Minuten! Wenn wir im normalen sind und bei den kurzen sind, haben wir von 1 Minute bis 5 Minuten! Außerdem gibt es noch One Touch und No Touch! Da haben wir auch 1 Stunde insgesamt bis zu 1 Stunde! Die Auszahlungen sind im Mittelmaß, sage ich mal eher! 75%, 70%, 71%, 72%, 71%, 71%! Bei Rohstoffen und Indizes ist es noch ein bisschen weniger! Zeichnen kann man nicht! Hier gibt es noch Signale unter Umständen! Das habe ich aber nicht getestet! Ich wäre auch vorsichtig! Insgesamt ist der Broker ein bisschen minimalistisch würde ich sagen! Aber dafür soll es einer der schnelleren sein! Schauen wir mal! Ich finde es eine schöne Gelegenheit zu testen! Der Minimalhandelsbetrag ist 5 Dollar! Maximal weiß ich nicht! Das ist alles nicht so optimal! Das hier ist eine schöne Systems Line! Wir machen das mit dem Modell! Wir sind im 5 Minuten Chart! Wir sind im 5 Minuten Chart! Dann geben wir nun einen 5 Minuten Chart! Den Durchbruch handel ich einfach mal für 5 Dollar! Die Ausführung war wirklich nicht langsamer, also ich habe jetzt nichts schnell gestellt! Die binäre Option läuft bereit! Und es ist nur 30 Sekunden! Das war noch ein Gewinn! Und wurde gewonnen! Das war jetzt kein Luglich von Leasetrade oder so! Es ging nur um die Geschwindigkeit, um das mal zu zeigen! Wer also kurzfristige binäre Optionen handeln will, der ist mit IREX eigentlich nicht schlecht bedient! Wie gesagt, die Gewinne sind nicht die größten! Einzahlen kann man nicht mit Karte bei uns, sondern nur mit FaserPay und UnionPay! Ich habe mit Bitcoin eingezahlt, das ist eigentlich auch schon lange her! Wie gesagt, eineinhalb Jahre da ging das noch! Das ist hier halt ein bisschen problematisch! Beziehungsweise FaserPay und UnionPay kenne ich beide nicht besonders! Hier ist es letzten Endes einfacher bei anderen Prokern einzuzahlen! Die Geschwindigkeit ist aber nicht schlecht! Und was Auszahlung angeht, habe ich bisher seit Jahren nur Gutes von IREX gehört! Vielen Dank fürs Zuschauen! Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like! Oder das Teilen! Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie mir gerne einen Kommentar hinterlassen! Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann abonnieren Sie meinen Kanal hier unten! Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video!